Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil der Skat-Regelreihe hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir die Sache abrunden mit der einen fehlenden Zutat und das sind die Nullspiele. Das ist so ein bisschen wie Gegenteiltag. Alles, was ihr gelernt habt, müsst ihr so ein Stück weit nochmal wieder vergessen und über Bord schmeißen. Alte Gewissheiten gehen über Bord, aber ihr werdet dann belohnt mit der Zutat, die so ein bisschen das Salz in der Suppe des Skatspiels ist. Die Nullspiele bringen nochmal eine neue Qualität da rein und machen die Geschichte abwechslungsreicher, interessanter, führen auch dazu, dass es mehr Reizduelle gibt und noch viel mehr Lust und Frust liegen da sehr dicht beieinander. Also, was hat es mit diesen Nullspielen auf sich? Ich habe zur Verdeutlichung nochmal die Rangfolge der Karten hier am Beispiel Kreuz hingelegt, mit dem Kreuz Buben so ein bisschen separiert, denn die Buben sind ja immer Trumpf, wie wir gelernt haben. Tja, falsch gelernt, ne? Sind nämlich nicht immer Trumpf, denn bei Nullspielen gibt es überhaupt keinen Trumpf und das Ziel bei einem Nullspiel ist es, keinen einzigen Stich zu machen, beziehungsweise es ist nicht nur das Ziel, sondern es ist das Gewinnkriterium. Wenn du ein Nullspiel durchführst, dann darfst du keinen einzigen Stich machen, sonst hast du verloren. Machst du keinen Stich, hast du gewonnen, machst du einen Stich, ist das Spiel an der Stelle sofort beendet, weiterspielen bringt dann gar nichts mehr. Und bei Nullspielen, das ist also ein bisschen wie Gegenteiltag, nichts bekommen statt möglichst viel bekommen, aber bei Nullspielen, wie ich eben schon so implizit andeutete, geht es gar nicht um Augen, sondern nur um Stiche. Das heißt, die kompletten Augen kann man vergessen und man kann auch die Trümpfe vergessen. Bei Nullspielen gibt es keine Trümpfe. Keine Trümpfe, jede Farbe, alle vier Farben, Kreuz, Pik, Herz, Karo stehen gleichberechtigt nebeneinander. Und jetzt lege ich noch einen drauf. Entsprechend ist natürlich die Frage, wo sortiert sich der Kreuzbube ein? Er ist hier nämlich dann nicht mehr die höchste Karte, sondern er sortiert sich ein hinter der Dame. Und dann ist es mit der 10 genauso. Also hier wird es nochmal richtig krass. Die Reihenfolge ändert sich plötzlich. Die 10 sortiert sich auch so ein, wie man das aus herkömmlichen Kartenspielen, nenne ich sie mal, kennt, aus vielen anderen Kartenspielen. Im Prinzip also nochmal zurück auf Start. Und ihr habt wieder die Reihenfolge, die ihr eigentlich kennt. 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass, wie ihr es auch vom Solitär kennt oder vom Hormier. Ganz einfach. Keine Trümpfe, auch wieder einfacher. Keine Augen, auch wieder einfacher. Aber dafür das neue Spielziel keinen einzigen Stich bekommen. Ja, und das ist es dann an sich schon. Natürlich brauchen die Nullspiele jetzt auch Reizwerte. Und logischerweise können wir die Nullspiele nicht über die Spitzenreizwerte berechnen, mit wie viel Trümpfen, denn es gibt ja gar keine Trümpfe. Aber da gibt es zum Glück eine ganz einfache Regel. Die Nullspiele haben auch einfach feste Reizwerte. Da muss man gar nicht rechnen. Das muss man nur wissen. Ich blende die hier mal ein. Und zwar zählt das Nullspiel mit einem Grundwert von 23. Das heißt, es ordnet sich genau ein zwischen Pick mit einem Spiel 2 gleich 22 oder ohne ein Spiel 2 gleich 22 und einem einfachen Kreuz für 24. Und deswegen gibt es beim Reizen auch so diese Reihenfolge 18, 20, 2, 3, 4. Wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, 22, 23, 24. Also 23 ist das Nullspiel, was man auch mit nennt. So, dann gibt es das Nullspiel aus der Hand. Das zählt 35. Der Nullouvert für 46. Das bedeutet, man zeigt sofort seine kompletten Karten. Dann macht man es den Gegner natürlich leichter, einem einen Stich unter zu jubeln. Und als Krönung sogar den Nullouvert Hand für 59. Das Besondere beim Nullouvert ist, dass man eben den Nullouvert auch nach Skataufnahme spielen kann. Das ist sonst bei anderen Spielen nicht erlaubt. Bei Hand und Krankouvert ist es sogar so, dass diese Gewinnstufe die Schneider-Schwarz-Ansage erfordert. Beim Null ist das nicht der Fall. Nullouvert eben auch nach Skataufnahme möglich. Ja, und das sind im Prinzip schon die Regeln. Man muss das jetzt mal ein bisschen ausprobieren, um das reinzubekommen. Aber ich kann natürlich vor allen Dingen auch mal ein bisschen aus dem praktischen Beispiel zeigen, was könnte eigentlich eine Null- oder eine Nullouvert-Karte sein. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt folgende Karte habt. Das ist jetzt natürlich ein super Extrembeispiel. Nur 7er, 8er und 9er. Alles immer geschlossen von unten. So wie diese Hand hier. Das ist offensichtlich ein todsicherer Nullouvert Hand. Da wird es unmöglich sein, dass ihr jemals einen Stich bekommt. Egal, ob ihr die erste Karte ausspielen müsst oder die anderen spielen. Ihr werdet automatisch und immer unterbleiben. Ihr könnt gar nicht anders. Das ist, sage ich mal, eines der Extrembeispiele. Es ist aber auch manchmal gar nicht schlimm, wenn ihr eben hohe Karten in einer Farbe habt, wenn ihr entsprechend auch die ganzen kleinen Karten habt. Also, nur mal angenommen, ihr könntet auch alle Kreuzkarten etwa in der Hand haben. Und das Problem für die Gegenspieler ist dann... So, ich lege die 10 jetzt mal hier mit hin. Sie haben ja gar kein Kreuz in der Hand. Das heißt, die Gegner können jetzt gar keine Kreuzkarte ausspielen. Und so gesehen könnt ihr auch keinen Stich bekommen. Es sei denn, ihr seid eben in Vorhand und spielt jetzt eine Kreuzkarte aus. Und dann können die anderen wieder nicht übernehmen. Das wäre natürlich dusselig, aber es gibt ja nur 8 Kreuzkarten. Da werdet ihr auch noch 2 andere haben und davon dann eine ausspielen. Und das sind jetzt so die beiden extremen Pole, in denen so das Nullspiel schwankt. Beides ist sehr selten, dass man einmal 8 von einer Farbe hat oder dass man nur 7er und 8er und 9er in der Hand hat. Meistens hat man natürlich schon irgendwelche Mischkonstellationen. Und da gibt es dann so eine Grundregel, so einen Grundtaktikbaustein, den ich an der Stelle vielleicht auch nochmal mitgebe. Und der heißt, 7, 9 Bauer stehen wie eine Mauer. Wer mit dem deutschen Blatt spielt, 7, 9 unter, bleibt immer drunter. Glaube ich, dass es so ähnlich heißt. Und das bedeutet, der Bube hier ist überhaupt kein Problem. Denn in dem Moment, wo einer jetzt, sage ich mal, die 10 ausspielt, um dir mit dem Buben einen Stich zu verpassen, legst du ihm einfach die 9. Und in dem Moment, wo einer die 8 ausspielt, legst du einfach die 7. Und danach passt schon nichts mehr unter den Buben. Das heißt, du kannst immer genau einmal unterbleiben. Und entsprechend lässt sich die Regel natürlich auch nach oben noch erweitern. Nur, dass es sich dann nicht mehr so schön reimt. Du kannst eben auch noch den König dazu nehmen. Wenn jetzt einer die Dame spielt, legst du den Buben. Du hast immer eine, die unterpasst. Und so gesehen, auch so eine Reihe, 7, 9 Bube König, ist ein komplett dichter Baustein. Also beim 0 ist es so ein bisschen so, da alle Farben gleichberechtigt sind, da es keine Trümpfe gibt, da es nicht um Augen geht, kannst du im Prinzip jede einzelne Farbe wie so einen Baustein in deinem 0-Bollwerk betrachten. Und dein 0 wird ein Bollwerk, eine Festung, wenn du eben in keinem dieser Bausteine überhaupt angreifbar bist. Und wenn du also nur sichere Bausteine hast, wie 7, 9 Bube König, jetzt könntest du auch noch das Ass dazulegen. Auch auf das Ass werden sie dir keinen Stich verpassen können. Denn, wie gesagt, auf die Dame legst du den Buben, auf die 10 legst du die 9, auf die 8 legst du die 7. Und danach haben die Gegner schon wieder kein Herz mehr und können gar kein Herz mehr weiterspielen. Das heißt, wenn deine 0-Festung nur dichte Bausteine hat, dann empfiehlt es sich auch den 0-Wert zu spielen für 46 Punkte. Wenn du eine Baustelle hast und so typische 0-Baustellen wären zum Beispiel sowas wie, sagen wir mal, 7, 10 oder so. Das ist schon eine relativ gute Baustelle, da müssen die anderen dich erstmal erwischen. Aber theoretisch kann es natürlich passieren, auf die 8 musst du die 7 legen und auf die 9 dann mit der 10 rüber. Das Glück ist dann immer noch, dass da noch ein dritter Spieler mit am Tisch ist, der auch vielleicht noch eine hohe Karte im Peak dabei hat. Da gehen wir jetzt schon sehr stark in die Taktik, auch wie man ein 0 im Gegenspiel versucht zu schlagen, indem der eine Mitspieler eine Farbe versucht abzuwerfen. Aber letztlich, das wäre so ein typischer 0-Baustein oder auch einfach mal eine blanke 10. Wenn du eine Farbe gar nicht hast und in einer Farbe die blanke 10, klar, in dem Moment, wo jetzt Caro klein auf den Tisch kommt, 7 und 8 oder 8 und 9 oder 7 und 9, dann musst du mit der 10 rüber, hast den Stich und hast verloren. Aber wenn du vielleicht auch kein Kreuz hast, weil du jetzt eben noch mal vier Piken dabei hast, dann ist es eben so ein bisschen die Frage, in dem Moment, wo zuerst Kreuz auf den Tisch kommt, kannst du die Karo 10 abschmeißen und hast wieder gewonnen. Deswegen würdest du so ein Blatt nicht als 0-ouvert hinlegen, sondern nur als 0. Es sei denn, du bist durch den Reizwert eben verpflichtet. Ja, soweit. Ich glaube, wir haben es. Das ist das Spiel, was so ein bisschen das Salz in der Suppe des Skates macht, weil eben auch so eine Null-Ou-Wehr-Reizung, du reizst Null-Ou-Wehr häufig, sage ich jetzt mal, mit diesem Blatt würde man gut Null-Ou-Wehr reizen, in der Hoffnung, dass man noch eine passende Karte findet, ein Herz dazu, ein Pik dazu, in Karo eine 7 oder 8, in Kreuz eine 7 oder eine 8 und schon hat man den sehr guten Null-Ou-Wehr. Deswegen, dieses Blatt würde man auf Null-Ou-Wehr reizen und damit fordert man so ein bisschen andere Blätter heraus, die jetzt vielleicht ein einfaches Kreuz Hand oder so haben und sich dann überlegen, ah, vielleicht versuche ich es doch auf Krank und damit wird das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher. Es kommt dann häufiger, also es provoziert auch mal ein Überreizen und damit ein höheres Risiko und damit mal ein paar Verlustspiele, was die Sache einfach viel interessanter macht und damit, auch wenn es jetzt am Anfang nochmal ungewöhnlich ist, auch wenn die Reihenfolge eben komplett anders ist und es feste Reizwerte gibt, das Null-Spiel ist super wichtig im Gesamtkonzept, um Skat so interessant und spannend zu machen, wie es ist. Viel Spaß, das auszuprobieren und jetzt habt ihr die Regeln zusammen, jetzt könnt ihr richtig loslegen und durchstarten. Ich freue mich schon, wir sehen uns bald am Skat-Tisch. Ich freue mich schon, wir sehen uns bald am Skat-Tisch. Ich freue mich, wir sehen uns bald am Skat-Tisch. Ich freue mich schon, wir sehen uns bald am Skat-Tisch. Vielen Dank.